Aufgepasst liebe Fußballfreunde und FCK-Fans, nach Pauli ist vor der Olympia. Die Roten Teufel kommen nach Rammstein und für große Spannung ist bestens vorgesorgt. Wir haben ein spielstarkes Team mit einigen Freunden aus umliegenden Ortschaften und Vereinen zusammengestellt und ich denke mal, wir schlagen den FCK. Mit dabei ist die YouSafie-Band sowie eine Großgrillstation für das Leibische Wohl. Kommt einfach vorbei und erlebt ein grandioses Fußballspiel. Kommt einfach vorbei, wir schlagen den FCK-Fans, nach Rammstein, nach Rammstein.